Uggg. Findest du das tägliche Ritual des Waschens etwa unnötig? Nur wenn du's hier auf der Couch machst. Mit der Zunge. Ich habe festgestellt, dass es die beste Art ist, den allerschlimmsten Dreck zu entfernen. Und weil du so artig warst, Silky, kriegst du jetzt auch ein paar Zockerbären ab. Wirk, wirk, wirk. Wir zeigen uns doch bloß unsere gegenseitige Zuneigung. Silky's einzige Zuneigung gilt seinem blöden Futter. Hör ihr gar nicht zu, Silky. Ihr Innerstes ist düster. travelling Flughafen Wörf Training Hör sou Was geht ab, Leute? Oh, Silky! Silky, 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 Silky! Was ist? Der Silky ist entführt worden. Ich habe diesen Zettel am Ort des Verbrechens gefunden. Es zeigt eindeutig, dass eine Schlange den Silky gestohlen hat. Siehst du? Äh, nein. Ich schätze, jemand hat den Killermotte wegen der Belohnung zurückgegeben. Aber wer würde so etwas tun? Die Killermotte ist ein böser Mann! Was regst du dich so auf? Er ist eine Made. Die Killermotte wird ihn nicht hinter den Ohren lecken. Und sie hat mit Sicherheit schreckliche Pläne für den Silky. Ich will dir mal was sagen und das klingt vielleicht herzlos. Silky ist unfähig, dich zu lieben, wie du ihn liebst. Nein, da liegst du falsch, Raven. Ich weiß, der Silky liebt mich über alles in der Welt. Ich will ihn wieder zurück. Oh, Silky! Oh, Silky! Oh, Silky! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.